Was ist das? 182 Straßendemonstranten zu Tore verurteilen. Dann begrüße ich den nächsten Redner. Das ist denn der Tom. Tom? Ja, Freunde, also wie jede Woche wollen wir uns etwas erzählen, was in der Welt passiert ist seit dem letzten Montag. In der großen, weiten Welt, da lese ich die Kronenzeitung von Sonntag. 182 Todesurteile in Ägypten bestätigt durch Berufungsgericht. Ja, 182 Demonstranten zu Tore verurteilt in Ägypten. Also an dieser Stelle müsste eigentlich in allen Regierungen von Angela Merkel über François Hollande bis hier zu diesem Parlament ein Aufschrei kommen. Was ist das? 182 Straßendemonstranten zu Tore verurteilen. Ja, hat jemand von euch überhaupt, na nicht Aufschrei, sondern überhaupt gehört, dass unser Präsident das einmal erwähnt hat, was in Ägypten vor sich geht? Ja, hat jemand wirklich hier jemand im Parlament ein einziges Wort darüber verloren? Bitte, bitte meldet euch. Wer hat hier irgendwas gehört? Niemand, ja? Ja, man hat andere Sorgen als diesem General Sisi in Ägypten. Ja, Sisi ist ein schöner Name. Also wer von euch Österreichern und Deutschen weiß, was Sisi bedeutet? Das war doch diese hübsche junge Kaiserin, richtig? Ja, jetzt ist es ein General, der einiges mit jungen Frauen zu tun hat. Er war unter Mubarak Chef des Geheimdienstes und die ersten Demonstrantinnen, die man verhaftet hat, wurden auf Jungfräulichkeit getestet. Das war seine Anordnung, die Anordnung von dem heutigen Präsidenten. Und man kann sich vorstellen, aber die Jungfräulichkeit etwa so getestet. Also die Männer dort im Gefängnis wurden auch gefordert, dass sie das probieren. Spritzt Blut, dann kann man eine Anmerkung machen, sie war eine Jungfrau, richtig, ja? Ja, gut, diesen General Sisi würde Angela Merkel gerne die Hand reichen, nicht aber einem Putin. Das ist ein Unmensch. Ja, die Nachricht über diese Verurteilung, 182 Kursurteile, war irgendwo an letzter Stelle in der Zeitung, in allen Zeitungen, in einigen war es nicht einmal erwähnt, ein Einsatz. Etwas weiter in der Kronenzeitung findet man wirklich einen Skandal, nämlich ein Schmuggler hat in seinem Auto 21 Hunde-Welpen nach Österreich gebracht. Also darüber hat man auf der ganzen Seite berichtet. Ja, so funktionieren unsere Zeitungen. Nicht nur Krone. Glaubst du, dass Standard um ein J besser ist? Nein! Nein, richtig. Presse genauso. Aber man hat andere Sorgen in dieser Woche und andere Nachrichten, da sehe ich 300 tote Separatisten bei Kämpfen in der Ostukraine. Ist doch eine relativ gute Nachricht, obwohl man bedauert. Ja, man will eigentlich von russischem Präsidenten nur eines. Er sollte die Grenze zur Ukraine dicht machen und mit keiner verdeckten Operation die Russen in Ostukraine unterstützen. Richtig, na? Das haben wir alle gehört. Sonst drohen weitere Sanktionen gegen Russland. Ja, man muss sich das jetzt so vorstellen. Und es leben irgendwo in einem Nachbarstadt von Amerika, in Mexiko. Zehn Millionen Amerikaner. Englisch sprechen die Amerikaner. Richtig, ne? Und die sind nicht sehr zufrieden mit der mexikanischen Regierung. Die wollen einfach weg von Mexiko. Die wollen sich verselbstständigen oder an USA anschließen. Was würde in diesem Fall Obama oder jeder andere amerikanische Präsident tun, wenn er hört, dass 300 tote Russen, also russisch sprechende Ukrainer bei Kämpfen ist, in der Ostukraine an einem Tag getätet wurden. Was würde Obama dazu sagen und tun? Ja, was glaubt ihr? Wie wird er die Grenze schließen und seinen Leuten nicht helfen? In Amerika ist so etwas passiert. Nicht in Mexiko, sondern in Texas. Also in den 40er Jahren, 1840 bis 1850, haben sich die englisch sprechenden Siedler in Texas und in Kalifornien gegen mexikanische Regierung, die sind aufgestanden und die haben dagegen gekämpft. Der damalige amerikanische Präsident ist natürlich zu Hilfe gekommen. Und wie wir alle wissen, ist Texas und Kalifornien Teil der Vereinigten Staaten. Also, ja. Ich würde sagen, mir ist einfach schlecht. Ich will nicht weiterreden, okay? Bis zum nächsten Montag. Ja. Ich will nicht weiterreden, okay? Ja. Ich will nicht weiterreden, okay? Hier ist sie. Ich will nicht weiterreden, okay? So, bis dahint ist nichts? Ich will nicht, ob ich in der Zeit hinterher, also bis zum nächsten Montag. I will nicht vertrauen. Bis zum nächsten Mal.